Willkommen, ihr Sucher der himmlischen Geheimnisse im mysteriöses Zentrum. Auf der weiten Leinwand des Kosmos, wo die Sterne die Geheimnisse der Zeitalter flüstern, stehen wir am Abgrund eines tiefgreifenden Moments. Heute, da sich die Zeiger der Uhr nach den Sternen ausrichten, erforschen wir das Rätsel des Vollmonds in Löwe, der am 25. Januar 2024 stattfinden wird. Dieses Himmelsereignis ist nicht nur ein Tanz des Lichts am Nachthimmel, sondern ein kosmisches Tor zum Verständnis tieferer Wahrheiten über uns selbst und das Universum. In der alten Astrologie ist der Vollmond eine Leuchte der Offenbarung, die die verborgenen Gänge unserer inneren Welt erhält. Und wenn er im königlichen Zeichen Löwe steht, bringt er eine feurige Energie hervor, die die Flamme unserer tiefsten Sehnsüchte und Leidenschaften entfacht. Begleiten Sie uns auf dieser mystischen Reise im mysteriösen Zentrum, während wir die Geheimnisse dieses Himmelsphänomens enträtseln. Wir werden die kosmischen Ausrichtungen, die astrologische Bedeutung und die transformativen Energien erforschen, die dieser Vollmond mit sich bringt. Während sich das himmlische Rad dreht, befinden wir uns an einem entscheidenden Wendepunkt in der astrologischen Erzählung. Das Ende einer Ära steht bevor, eingeläutet durch die monumentale Verschiebung von Pluto in den Wassermann, wo er die nächsten 21 Jahre verweilen wird. Dies ist nicht nur ein astronomisches Ereignis, es ist ein kosmisches Tor, das sich zu einem Reich der Transformation und Innovation öffnet. Pluto, der oft als Planet der Wiedergeburt und der tiefgreifenden Transformation angesehen wird, bringt eine Flutwelle des Wandels mit sich. Im Reich des Wassermanns, einem Zeichen, das für seinen visionären Geist und sein humanitäres Ethos bekannt ist, wird Plutos Einfluss zu einem Katalysator für bahnbrechende Veränderungen. Wir treten in eine Periode ein, in der das Gefüge der Gesellschaft und unsere individuelle Rolle darin tiefgreifende Veränderungen erfahren werden. Dies ist eine Zeit der Herausforderungen, aber auch eine Zeit der großen Chancen. Während Pluto das Wasser des Wassermanns aufrührt, fordert er uns auf, uns weiterzuentwickeln, die bekannten Grenzen zu überschreiten und den Geist der Innovation anzunehmen. Die nächsten zwei Jahrzehnte unter Plutos Einfluss im Wassermann werden von einem sprunghaften Anstieg des technologischen Fortschritts, einer Neudefinition der gesellschaftlichen Normen und einem kollektiven Erwachen zu höheren Idealen geprägt sein. Es wird eine Zeit sein, in der die Themen soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und das Wohl der Menschheit in den Vordergrund rücken. Doch mit großen Veränderungen kommt auch große Verantwortung. Wir müssen wachsam sein, denn diese Zeit wird auch unsere Entschlossenheit angesichts potenzieller Krisen auf die Probe stellen und uns dazu drängen, das Gleichgewicht zwischen Revolution und Chaos zu finden. In diesen Zeiten des Wandels ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere persönlichen Bestrebungen mit dem kollektiven Bedürfnis nach Fortschritt und Verständnis in Einklang bringen. Der Tanz zwischen dem individuellen Selbst und dem kollektiven Bewusstsein wird ein Thema sein, das immer wieder auftaucht und uns herausfordert, Harmonie in der Koexistenz zu finden. Im Wesentlichen geht es bei dieser bedeutenden astrologischen Verschiebung nicht nur um die Beobachtung der Sterne, sondern um die aktive Teilnahme an der kosmischen Geschichte. Es ist ein Aufruf an jeden von uns, unseren inneren Innovator zu wecken, den Status quo in Frage zu stellen und zur Evolution unserer kollektiven Reise beizutragen. Lasst uns diese Zeit der Metamorphose mit offenem Herzen und Verstand angehen, bereit, die Zukunft zu erschaffen und zu inspirieren. Während wir weiter in die himmlischen Mysterien vordringen, wollen wir die rätselhafte Polarität Löwe Wassermann und ihre tiefgreifenden Auswirkungen auf unser Leben beleuchten. Diese kosmische Dichotomie verbindet die feurige, ausdrucksstarke Natur des Löwen mit der luftigen, visionären Essenz des Wassermanns und schafft ein dynamisches Wechselspiel, das unsere Persönlichkeit, unsere Beziehungen und unsere Lebensziele beeinflusst. Im Reich des Löwen stehen der Selbstausdruck, die Kreativität und die Kühnheit des Seins im Rampenlicht. Die Löwe-Energie ermutigt uns, in unsere Kraft zu treten und die Fülle unseres einzigartigen Selbst anzunehmen. Es ist ein Aufruf, unsere Leidenschaften unumwunden zum Ausdruck zu bringen, Selbstvertrauen auszustrahlen und dem nachzugehen, was unser Herz zum Singen bringt. Dieses feurige Zeichen erinnert uns daran, wie wichtig die Individualität im Lebensgefüge ist. Im Gegensatz dazu bietet der Wassermann einen Blick in die Zukunft, wo Innovation, Gemeinschaft und humanitäre Ideale im Mittelpunkt stehen. Er lädt uns ein, über uns selbst hinaus zu schauen, uns mit dem Kollektiv zu verbinden und uns für Dinge einzusetzen, die die Menschheit voranbringen. Die Wassermann-Energie fordert uns auf, innovativ zu denken, aus konventionellen Formen auszubrechen und die Verbundenheit aller Wesen zu akzeptieren. Diese Polarität fordert uns daher auf, ein Gleichgewicht zu finden, unsere persönlichen Wünsche mit unserer Rolle im größeren Ganzen in Einklang zu bringen. Es ist ein Tanz zwischen der Freude am individuellen Ausdruck und der Erfüllung, die wir darin finden, zu etwas Größerem als uns selbst beizutragen. In der kosmischen Arena sorgt eine kraftvolle T-Quadrat-Formation, an der Sonne, Mond und Jupiter beteiligt sind, für Optimismus und Expansion. Diese Konstellation ist ein Leuchtfeuer der Hoffnung und stärkt unser Selbstvertrauen und unseren Selbstwert. Jupiters wohlwollender Einfluss vergrößert unsere Bestrebungen und schenkt unserer Seele eine Dosis Optimismus. Es ist eine kosmische Ermutigung, große Träume zu haben und auf die Fülle des Universums zu vertrauen. In der Zwischenzeit webt der Mars-Chiron-Aspekt eine komplexe Erzählung über Heilung und Durchsetzungsvermögen. Mars, der Planet des Handelns und des Begehrens, im Aspekt mit Chiron, dem verwundeten Heiler, bietet uns die Möglichkeit zu tiefer emotionaler und spiritueller Heilung. Es ist eine Zeit, in der wir uns unseren inneren Wunden stellen, unsere Verletzlichkeit annehmen und gestärkt, durchsetzungsfähiger und uns selbst treu bleiben können. Zu dieser himmlischen Symphonie kommt noch hinzu, dass Merkurs Konjunktion mit Mars unsere Kommunikation anregt und uns zum Handeln zwingt. Worte werden zu Katalysatoren für Veränderungen, Gespräche lösen Bewegungen aus. Diese Konstellation stärkt unsere Stimmen und ermutigt uns, unsere Ziele zu verwirklichen. Wenn wir zu Beginn des Jahres unter dem leuchtenden Vollmond stehen, bietet sich uns eine himmlische Gelegenheit, unsere Energien neu zu ordnen und uns den vor uns liegenden Weg vorzustellen. Das strahlende Licht des Vollmonds lädt zu Selbstbeobachtung und Klarheit ein und beleuchtet die Träume, die wir verfolgen möchten, und die Leidenschaften, die wir erforschen wollen. Es ist eine Zeit des Loslassens, des Loslassens von Altem, um Platz für das Neue zu schaffen. Die Energie dieses Mondes zu umarmen bedeutet, dass wir uns unseren Zielen mit neuem Elan und aufrichtigem Engagement widmen. Auf dem leuchtenden Pfad unserer kosmischen Reise erscheint der Vollmond als ein kraftvolles himmlisches Leuchtfeuer, dessen strahlende Energie eine einzigartige Gelegenheit für tiefe Selbstbeobachtung und transformatives Wachstum bietet. Während wir uns in seinem silbernen Schein sonnen, sind wir eingeladen, die Energie des Herzens anzunehmen und uns mit unseren tiefsten Wünschen und Leidenschaften in Einklang zu bringen. Dies ist eine Zeit, in der wir die Flamme dessen, was uns wirklich bewegt, neu entfachen können, um uns wieder mit den Freuden und Beschäftigungen zu verbinden, die unseren Geist beflügeln. Die Energie des Vollmonds ist ein Schlüssel, um die Türen zu unseren verborgenen Leidenschaften zu öffnen, die unter der Oberfläche unserer täglichen Routine schlummern. Er ermutigt uns, uns in unserem Leben Zeit zu nehmen, um diese Leidenschaften zu erforschen, uns den Aktivitäten hinzugeben, die uns lebendig machen und vielleicht neue zu entdecken, die im Schatten unseres Unterbewusstseins schlummern. Außerdem ist diese himmlische Phase eine starke Zeit für die Heilung des inneren Kindes. Der Vollmond erhält die tieferen Abgründe unserer Psyche und wirft Licht auf die unbewussten Überzeugungen und Prägungen aus der Kindheit. Er bietet einen nähernden Raum, um diese inneren Wunden zärtlich anzusprechen, um die Teile von uns anzuerkennen und zu heilen, die noch an vergangenen Verletzungen oder Ängsten festhalten. Dieser Heilungsprozess ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, sich von wiederkehrenden Mustern zu befreien und ein ganzheitlicheres und authentischeres Selbst anzunehmen. Auf unserer Reise durch die intensiven Energien des Löwevollmoons ist es von größter Bedeutung, dass wir eine Erdung finden. Der feurige Löwe-Einfluss kann Emotionen verstärken und persönliche Situationen auf einen Höhepunkt bringen. Es ist eine Zeit, in der die die Gefühle hochkochen können und die Dramen des Lebens ihren Höhepunkt erreichen. In diesen Momenten wird die Erdung zu unserem Anker und erinnert uns daran, mit der Erde und unserer inneren Mitte verbunden zu bleiben. Die Dinge einfach zu halten, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren und sich mit erdenden Aktivitäten wie Spaziergängen in der Natur oder Achtsamkeit zu beschäftigen, kann helfen, diese turbulenten Energien mit Anmut und Ruhe zu bewältigen. Der Vollmond ist also nicht nur ein astronomisches Ereignis, sondern auch ein spiritueller und emotionaler Wegweiser. Es ist eine Zeit der Reflexion, des emotionalen Höhepunkts und des tiefgreifenden persönlichen Wachstums. Indem wir uns auf seine Energien einstellen, lernen wir, mit den natürlichen Rhythmen des Lebens zu fließen, das gesamte Spektrum unserer Gefühlswelt anzunehmen und mit neuer Klarheit und Zielstrebigkeit vorwärts zu gehen. Machen wir uns die Energie des Vollmonds zunutze, um unsere Wege zu erleuchten, unsere Herzen zu leiten und unsere Seelen zu bereichern. Während wir diese Reise durch die Geheimnisse des Vollmonds in Löwe und die ihn umgebenden kosmischen Ereignisse abschließen, sollten wir uns daran erinnern, dass jede himmlische Bewegung eine Note in der Symphonie des Universums ist und dass wir ein wesentlicher Teil dieser majestätischen Komposition sind. Lasst euch von den kosmischen Energien leiten und inspirieren und möge euer Weg von den Sternen erleuchtet werden. Bis wir uns unter dem weiten Sternenhimmel wiedersehen, blicken sie weiter nach oben und nach innen, denn im Kosmos liegt der Spiegel unserer Seele. Geheimnis